Applaus Hier ist der Westdeutsche Rundfunk mit Nachrichten. 50 Atomkraftwerke sollen in der Bundesrepublik während der nächsten zehn Jahre errichtet werden. Jedes einzelne kann eine Millionenstadt mit Strom versorgen. 1985 sollen in der Bundesrepublik und die Hälfte des dann benötigten Stroms entsprechen 50% des Gesamtjährigen Daraus aus Atomkraftwerken scheinen. Der Zugang ist in diesem oder spätestens im nächsten Jahr für 13 Wattverlust, dass die Stattdaten und die Stattdaten und die Unität werden. Durch die Brüche mit zwölf Wochen ist das Verbindungsquellen der nächsten zehn Jahre die wir als in der Kraft entdeckt werden. Im Ausmaß von der Bühne und die Transportgeschichte werden. Die Stattdaten und die Aufmerksamkeit für die Stattdaten und die Stattdaten und die Bewegung im Ausmaß von der Bühne und die Stattdaten und die Stattdaten und die.. Die Stattdaten und die Gitarren und die Schlagmus sind in der Kraft. Das war's. Musik Das war's für heute. 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 Das war's für heute.